Das war Petersen, weil er sagte, schöne Bilder, geile Bilder immer weiter. Da sind wir noch zweimal mal mit der Wippe da oben geknackt. Also wir hatten noch dreimal echte Lebensangst und seitdem bin ich auch von der Seefahrt kuriert. Der Welterfolg, das Boot. Nur ein paar Sätze für Jan Fedder, doch eine Hollywood-Karriere war damals zum Greifen nah. Sag mal, hast du eigentlich Haare in den Nase? Nee. Wieso? Weil ich hab welche im Arsch. Die können wir ja zusammenknoten. Wir waren ja damals nominiert fürs Boot. Hatten ja mehrere Oscar-Nominierungen. Aber was soll ich da? Ich spreche Plattdeutsch und Hochdeutsch. Also Hochdeutsch mehr oder weniger. Plattdeutsch auch mehr oder weniger. Und wo ich eine Sprache nicht spreche, muss ich ja nicht hin. Also mir langweilt mich das da. Also da war ich jetzt, das ist mir zu langweilig, Amerika. Das ist irgendwie alles so eingegurgt. Das ist nicht so, bleiben wir lieber in Hamburg, lieber in Deutschland. Da ist ein bisschen mehr los. 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 Vielen Dank.